Hola liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pokémon GO! Hier bei unserem Gameplay Walkthrough auf der Seite otakucard.com Warum? Ist eigentlich völlig egal, ist ein relativ beliebter Anime-Blog wie ihr hier oben sehen könnt und wir beschäftigen uns heute mit dem Pokémon GO Buddy System. Das wurde so ein bisschen geleakt in den letzten Tagen und soll sich in einem der nächsten Updates einschleichen, und wurde entdeckt im Gamecode, das heißt es muss eigentlich nur noch freigeschaltet werden, ist also offiziell für uns indirekt schon vorhanden und funktioniert ungefähr so, ihr kennt das noch vielleicht aus den Remakes, glaube ich, der zweiten Generation, so Heart, Gold, Soul, Silver, da hat das alles mit angefangen, beziehungsweise dann zeitgleich die normale dritte Generation, also Rubin und Saphir, dass euer Pokémon hinter euch her laufen kann. Und hier ist das Schöne bei Pokémon GO, dass wir damit wohl in Zukunft Bonbons sammeln können, also Candy und zwar pro gelaufenem Kilometer oder auch 2, 3, je nachdem wie selten das Pokémon ist. Die Seite findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt und wir gehen jetzt einmal ganz kurz so durch. Hier steht schon, Note you can earn one candy per kilometer mentioned in the chart below. Das heißt also Kilometer, die wir pro einem Bonbon brauchen und hier steht auch direkt die Größe des Pokémon, das heißt wir können so ein bisschen sehen, wie das Pokémon hinter uns herläuft. Es gibt also quasi einmal Medium, das dürfte dann wahrscheinlich so relativ klein sein, aber trotzdem schon hinter uns herlaufen. Dann gibt es einmal Big, das heißt es läuft auf jeden Fall hinter uns her und wird so ungefähr so groß sein wie wir, was da auch durchaus realistisch ist. Und dann gibt es noch Shoulder, da würde ich jetzt mal davon ausgehen, weil es zum Beispiel hier Caterpie ist, also ein Raupi oder auch ein Hornliu, dass das auf unserer Schulter tatsächlich sitzt, so wie Pitchy, so als Papagei, auch wenn es eine Taube ist, aber egal. Und dann gibt es natürlich noch Flying, also Butterfree und so weiter, Beedrill, also Bebor, Smedbo, Ibitak, Taubos und so weiter, die fliegen logischerweise hinter uns her. So soll das Ganze dann im Spiel aussehen und wir sehen eigentlich so nichts wirklich Auffälliges, alles zwischen 1 und 2, gerade die Starter-Pokémon sind natürlich alle bei 2, die wirklich richtig Häufigen sind alle bei 1, ist ja auch durchaus okay so. Und wir gehen mal ganz kurz auf Seite 2, wo die etwas interessanteren Pokémon sich verstecken. Die sind hier einfach von 1 bis 150 durchnummeriert und wir sehen dann hier unten irgendwann auch die ersten 3er auftauchen, wie zum Beispiel Onyx und alle anderen, die, nehme ich mal so an, aus einem 10km-Ei schlupfen können. Also zum Beispiel Kikli, Nokchan und hier unten sehen wir dann noch Elektek, Magma, Pinsir und natürlich auch Lapras, Evoli, die Evolutions und ein, ja, die beiden Fossilien, nicht Fossilien, Fossilien, Relaxo, die legendären Vögel und so weiter. 4 gibt es nicht, schon mal ganz gut zu wissen. Ob das alles so 100%ig stimmt, ist natürlich mit Vorsicht zu betrachten. Wie gesagt, das Ganze wurde hier angeblich aus dem Gamecode extracted, also, ne, ja, herausgelesen und geht zurück auf den Reddit-User, den wir hier nicht unerwähnt lassen wollen, ElfinLass oder Lass. Was zu eurer Meinung dazu? Freut ihr euch auf das Buddy-System? Sagt ihr, hey, geil, endlich sehe ich meine realistische Chance, jetzt müssen wir nur noch irgendwo, was ich ja schon von einer echten Ewigkeit gesagt habe, eine vernünftige Möglichkeit finden, schnell genug an Sternenstaub zu kommen? Meine persönliche Meinung ist, ich freue mich drauf, wenn das so kommt, dann noch in Kombination vielleicht mit Tauschsystem und so weiter. Könnte auf jeden Fall so langsam oder sicher mal wieder ein bisschen was Größeres passieren. Die letzten Updates waren ja eh alle so eher im Bugfix-Bereich und deswegen gab es da auch schon seit längerer Zeit keine Videos mehr. Daumen nach oben, wenn euch diese Information gefallen hat, sagt mir eure Meinung zum Buddy-System unten in den Kommentaren und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen. Tschüss und bis dahin, euer Jens von Nerdy Talk.